herzlich willkommen zurück zum minecraft in der minecraft-weld shadow force ich bei 67 der übungsgeber brüster erstmals schuldigen hallöchen man könnte sagen hallo schatzi schatzi genau und man kann sagen hallo trauzeuge grüß dich hallo portugam interessant oder muss ihm jetzt gleich eine hol das wieder typisch typisch weibs volk so können im schmärsch einmal helfen seine bahn zu vervollständigen wenn er das möchte wenn er mal probieren kommen wir gleich vorbei ein paar sachen mal hier verstauen müssen auch mal wieder weitermachen man kommt zu gore nichts man kommt irgendwie zu gore nichts hast den letzten stream verfolgt gesehen nachträglich und was habe ich doch doch da was war denn da noch mal ich habe auf jeden fall weiter geboren ganz klar wenn man sie weiter gebaut ja antriebsschienen hast du gemacht habe ich alles mit dem gepäck normale schienen wird der schmärsch haben bestimmt ich habe auch normale schienen alles mit vereinzelt habe ich welche jetzt doch mal spinnen hier weg die bräuchte ich bin jetzt einfach fadenlos es gibt ein problem im lagersystem irgendwas ist vorher aber wir wollen erstmal die bahn darum können wir uns nachher ich glaube ich schon mal gucken guck mal haben wir die anzeigen erster wunderbar dafür wo ist eine eckel die glück die glück was in den gesehen dann muss doch voll rot sein irgendwo da oben ja der ist voll alles klar gut sehr gut aufgepasst also welche aus der bahn aus der bahn so wie waren dass ich brauche eine schablone haben wir noch schablone voll ist der schablon noch cool schmerz dauert noch fünf minuten ja keiner ich suche noch meine wollen wir brauchen jetzt noch vier stückchen so haben wir mal wieder bauen hier eine erweiterung hier das war noch die eklot hinter da unten ich kümmere mich mal noch schnell um gold ich weiß nicht ja wohl es war ein ekloteter war das jetzt läuft es wieder mutterseelen durch weiter und da war 15 stein ist voll gelaufen ja super was hat nicht weiter wo das ist trotzdem nicht weiter ist noch was anderes voll da habe ich noch was anderes vollzeit ist gar nicht gut was ist ja das noch voll oder system für irgendwas ist noch drin im system was voll gelaufen ist da können wir machen ja mal schmerz steine bahn ja genau da mal eine ist das werden diese hausierer vor den türen ist fürchtebar so ich meine user ein paar sachen verstanden wurde allerdings noch mal umgebaut streckentechnisch auch wie weit vom aussehen her sag ich mal so auch der zugang zur uberstadt zu wurde noch mal neu gestaltet hier versuche doch auch jetzt ordentlich zu schüsseln hat sich vieles getan so wo war schmerz steine strecke hier hat sie ganz gut aus jeder mal runter machen das alles ja ordentlich das ist dann mal weg die fackeln die meiner weg ja und ich habe damit kies wieder voll ja hat die schienen drauf ich bin das loch gefallen so sehen wir auch gleich noch mal weg nicht hat man gerade wieder so einen komischen fehler ich kann hier wieder durch eine tür durchgehen noch kann ich bei mir selber hier irgendwas einreißen bei dir selber wo bist du denn bei mir in meiner meiner riesen schmelze okay gut setze ich noch nur noch mal antriebschiene hin also auch mal immer schnell hatte ja gut habt den sportpunkt versetzten hier mehr dann muss ich noch mal ganz vor das hinsetzen was aber kurz dann setze ich den sportpunkt gehen am hafen hin weg geht das ja besser jetzt eine ganze ecke weg dann spawnt man hier am hafen toll am hafen jetzt nie raus zum hafen nie hier zum hafen ähm weiners z 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 können glaube ich probiere mal geht es oder geht es nicht kurz dahin gehen ist mal probieren ob ich durch die tür durchkomme durch bauen kann ich war ja dann das baupunkt ist am hafen wieder runter dann schmerz stehe ich auf der karte so so dann würde ich sagen dann brauchen wir hier noch mal wirst du jetzt eigentlich hingelaufen ich denke was hier bauen du bist jetzt schon wieder ja ich komme ja da zahle ich schon den mindest lohnen die leute kommen trotzdem nicht das verstehe ich immer nicht machte wie natürlich bergwürdig aber sehr merkwürdig ich mache schon mal ich komme jetzt wieder zurück ich bin ja immer kurz rüber gesprungen weil ich nur gesehen habe aber ich bin jetzt wieder bei dir wenn man nicht alles selber macht da muss ich lang galerie hier oben hat er wieder ganz besondere leute hier wieder sehe ich das schon wieder das war ja wieder logisch anstatt mal die fünf minuten zu warten nein das heißt bitte das heißt aber flott und dazwischen kann ich schon normale schienen legen ja ja so noch mal hinten die ist ohne die machen wir hier dann schauen wir mal so habe ich gemacht die schönen steine suchen da haben also dann kannst du ja noch gar nicht so kommt das mal hierher weil hier sind ja auch noch nichts drin wenn man nicht alles selber macht willst du dich verlaufen dem schoki mit du hast antriebsschienen habe ich auch da eine hinder hier kommt auch eine hin da kommt auch eine hin da kommt auch eine hin und da kommt auch noch eine hin hier ist dann den stein gesetzt das ist schlecht die müssen direkt drunter sein und haben ein problem warum geht das nicht das ist dann so 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 das so 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 ist so 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 keine antriebsschiene normale schiene genau ich muss erst mal wieder nach hause antriebsschienen herstellen muss auch wo stoffe haben brauchen noch vier stück dann müsste es eigentlich reichen ich wollte zu schmerz dass ich hier rohstoffe kriegen was brauchen wir brauchen gold stock zum verprügeln jetzt noch mal schalen steiners wochen mit dem schalenstein weil ich ordentlich in schale werfen oder was warte wo bist du was warst du nicht immer hinter mir davon kannst du nicht immer ausgehen hier bist du nicht aber ja da bist du unterwegs du hast nur eine chance nur eine einzige chance sich zu verlaufen wir haben uns alles klar gut weiter spielt auch mit wusste ich ja noch gar nicht so hier drinnen genau hier wirst eine menge redstone dann gebe ich dir jetzt mal 54 stöcke und jetzt hole ich mal gold gold ist woanders da fehlt habe ich noch in der grad am umbauen des lagersystems richtig groß umbau ja ja ich nehme einfach hier die blöcke raus sachen haben wir hier noch tränke hier ab film tequila haben wir noch hast du die blöcke auch ein paar blöckchen glöckchen gold ich habe die jetzt gerade hier gold worden hingelegt das ist egal der älter der spielt oben der ist gerade unter dem fieber unterwegs und nein hänge hier fest zwischen den stühlen wieder dass mich hier durch so dick bin ich doch gar nicht vielleicht koche ich wieder zu gut ist das ist das köchchen als frau hast ich kann nicht so viel essen nur so viel wie mit aller macht reinpasst ja man muss ja mal auf essen weißte sonst regnet es ja immer wieder haue ich habe jetzt wir brauchen nur vier aber haben wir was aber bis zur reserve hier am ende der strecke hier in seiner schwersteine halle müsste man eigentlich mal bist du denn ja bogenschütze gegen bogenschütze der schmerz hat uns für ein gewinn in seiner halle natürlich so bis gerade unten in der halle da ist ein zombie genau ich wollte noch mal eine truhe um hinsetzen für die ganzen aber für die ganzen loren weiß wer meine eine rausnehmen kann wenn man angekommen ist wenn man sie wieder weg lager genau da soll das neue lagersystem rein irgendwann mal das siehst du bist du denn ach über mir irgendwo aha ich stehe hier in der galerie galerie da oben irgendwo ok ich bin zu früh das essen ist noch nicht auch noch nicht gedeckt ok stimme war also riesengroße galerie hier ist ein ungeziefer hier skorpione hat er hier ja die fühlen sich da ziemlich wohl jetzt noch ein skorpion sag mal noch mal ist er weiß los deine wache macht da gar nicht sowieso dumm so tut es ist weil sie die skorpioncade greifen die nicht was schleimiges rum oder ich muss immer was essen mal gucken wo ich wieder hier hochkomme kann ich weit sein hier schleimig hallo schleimig immer hier hoch irgendwie kamen komme ich jetzt wieder da die kohlen knochen muss ich gucken ob ich sowas habe hier ist nach oben hier irgendwo zu sagen u-bahn station noch kommen ach bingo getroffen müssen ich habe so viel gelungen zu schul wieder dabei komischen knochen braucht doch kein schwein habe ich eine lore dabei wahrscheinlich nicht ja dann teste doch mal die bahnstrecke ob sie funktioniert da fährt er weg hat sie fast aus der bahn geworfen funktioniert ja wunderbar wie sie es gehört so bauen wir mal schnell noch mal und pack mir die kiste hin endstation verrückt seite hier ja da kann man die minecraft einmal reinpacken wenn man sie nicht braucht die strecke haben auffällig wunderbar herzlich willkommen das jetzt angeschlossen ist ans infrastrukturnetz vielen dank weil sie die kürzische strecke gehabt das ist ja auf jeden fall mit abstand aber sie gar nicht so rein fährt neid hoch acht das hat doch was ihr werft einfach normalen rum du hast immer noch die weiteste strecke cool man ja das mal hier auf der strecke stehen gelassen dann hier hinten wieder reinpacken da gibt es auch noch nicht hier geht es nach cool man hat die weiteste strecke also immer bevor man abfährt vorher über den chat fragen ob die strecke frei ist also weil sonst kommt es wir haben wir keine signalsteuerung wir haben keinen stellwerk ein gar nichts das könnte unter umständen zu hässlichen kaltverformung kommen wollen euer tunnel sieht aber auch schick aus hier ja der ist aber noch nicht weit schick aber ich habe mich mal am schüsseln probiert so ein bisschen weiße hier ist auch ob wir haben noch so viele meters noch vor sich soja aber das dann läuft hat doch was so nekotischen knochen ich glaube müssten wir haben schoki oder die wachen hier hallo gehen wir zur seite bitte danke wie der zwerg ist am hoch geflogen ein hüpfelzwerg so ich bin gleich wieder da ich muss immer kurz mal gucken ob ich eine kritiske knochen habe wenn ich kann man garantiert auch irgendwo hier auf dem markt kaufen aber ich kann mal gucken ich glaube sowas haben wir auch noch so habe ich schon so viel krimskranz das läuft von hier oben läuft das ganze sehr merkwürdig schalenstein das sei pflaster stein das läuft dann hier nicht und da war ich jetzt wieder ein server fehler gucke mal kurz unten nur was wir satieren kohle läuft mir es läuft jetzt wieder merkwürdig sehr sehr merkwürdig ok nekotischen knochen lassen wir den wo man die die krotischen knochen ja ich bin die kuhn beim einen vorbeibringen was machen wir dann heute gemeinsam gute frage wo ist denn noch eine bahn die wir noch weiter bauen müssen unsere bahn das können wir auch so auch mal machen wir müssen hier vielleicht ein eingangs gebäude bauen das können wir auch noch mal machen so jetzt gehe ich ja mal zum cool man ist der happy cool man blauer tor ne nach cool man gut da ist er schon kommen wir jetzt auch mal hin hier geschenkt guck mal ein nekotischen knochen bitte schön bitte schön bitte schön drückt mal mit den schlüsseln auf die tür mit welchem schlüssel ich kann nicht cool das ist ja cool aber ich krieg sie nicht wieder zu die tür kriegt sie nicht zu und der schüssel hin der schüssel ist weg es ist aber ganz schlecht aber dafür kann ich die türen öffnen zwei schüsse für zwei türen ach so die bleiben dann so das heißt ich komme jetzt rein ich habe die berechtigung okay gut alles klar das ist der berechtigung dass man hier reinkommt klasse soll man sich aufbauen eine arkale tür aus taumkraft wir müssen mit taumkraft wieder weitermachen klasse super gefällt mir mit den türen das hat was das ist voll cool das geil so ich bin mal wieder zurück ich muss zu diesem häuschen wo es rüstungen geht so gästehaus das ist ja richtung nordstraße ja da muss ich jetzt hin was willst du meine schuhe gehen kaputt okay was machen wir ich kann ja leider im bereich oder kann ich jetzt da kann ich da was bauen theoretisch wo bauen im indensee husa bin der spawnpunkt versetzt ist sollte gehen ja und wollten bauen ich dachte wir wollten das gebäude da das eingangsportal wo ich habe noch 18 von ihr möchte sie wieder haben oder passt schon okay ja hast ideen vorschläge wie man was bauen wollen welchen materialien soll es modern sein was meinst du vielleicht guck und tag und da ich bin der mit der akt in der rechten hand du hast ja zu futtern in der hand aber ganz schnell wieder verstecken ganz schnell wieder verstecken ja ja ganz schnell ganz schnell verstecken weil das ja keiner sieht ich 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 Vielen Dank.